moin moin leute und hallo und endlich geht die survival runde los meine fresse hat eine weile gedauert ich hoffe wir schaffen heute mal ein bisschen produktivere runden als die letzten beiden tage die killer runden waren so la la vor einer hat mich aufgeregt die die huntress runde na nicht das gelbe vom ei aber gehört auch mal dazu und dann die die obwohl die doktor runde war okay über die kann ich mich eigentlich nicht recht gut nicht gerade beschweren aber bin gespannt gegen welchen killer es hier geht und wie wir uns diesmal schlagen werden die killer werden immer besser ich merke bei mir kein skill anstieg aber hey der schein kann trügen wenn der ladebalken dann irgendwann maximiert ist können wir endlich mit der runde beginnen wir warten nur bis die welt zu sehen ist und wir uns bewegen können komm schon spiel ich weiß du wirst es auch scheiß dreck der backwater süpfe man sieht ja aus wie bei mir zu hause und da war jemand haben wir ja wir haben ja direkt den gen ja machen wir das doch wir haben klauen kannst du dich mal bitte verdampfen ja doch mal weiter du schaffst das klauen na wo er mit pop goes the wiese spielt er wird wenn er mit pop goes the wiese spielt dann kommt er hierher und wird den gen treten er tritt den gen komm da hinten ist ein clodet er ruft auf jeden fall alles daneben er will nicht dann spiel ich halt woanders weiter wenn du nicht mit mir spielen möchtest mach ich hier alleine ach ja ist die natur nicht schön gemerkt wir können wieder ja oh der war gut aber ich hab mein look hier das aber kann ich euch nicht gut ziehen die kann ich euch nicht gut ziehen ha 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 Du musst wissen, ich bin ein ganz großer Feind von Leuten, die mich hauen wollen. Der macht sich verrückt, wir gehen weiter. Au. Ich habe die Palette etwas zu viel runtergeschubst, aber gut. Der wird jetzt erstmal wieder ein paar neue Tränke mixen oder wird einfach jemand anderen jagen. Und dann heile ich mich mal. Puh. Gut, dann gehen wir an den Jen. Okay, Nummer 1 ist fertig. Ach komm. Wieso läufst du denn wieder zurück? Ich will auch mal den Anok haben. Das war gut. Das war schlecht. Ja, jetzt trifft er mich. Er hat nicht gesehen, wo ich hin bin. Tschüss. Hamty-damty. Oh, guck mal, der läuft da. Hey, Hamty-damty. Wir sind doch Freunde, oder nicht? Jetzt hast du dagegen geschlagen. Das ist aber nicht schön. Guck mal, das hat dir jetzt wehgetan. Dabei will ich dir gar nicht weh tun. Wir sind doch Freunde. Hopp. Hopp. ich komme gar nicht dazu djent zu machen weil er mich die ganze zeit verfolgt aber die dein ernst da hat definitiv pop goes to wiese jedes mal wenn er jemanden hoch geht das noch zu einem djent um den zu treten ach komm jetzt war ich zu konzentriert auf die weise welten da umgegangen ist die pludette ich hatte noch nicht die gelegenheit jemanden vom haken zu holen kopfpunkte zu verdienen Ja, komm. Den haben wir ja auch angefangen. Kriegen wir den noch mit zu Ende. Der ist hier. Hat sich schon wieder eingenehmt. Ach komm, ehrlich? Die ist tot. Geh weg. Verschwende doch nicht Zeit, indem du da hinrennst. Oh, look. Paletten, 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 Paletten. Hier haben wir eine Palette. Ah, nein! Aber wir sind doch schon wieder weggekommen. Hoffe ich. Hat er mich wieder gesehen? Nein, hat er nicht. Ei, 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 ich find die Runde gar nicht mehr so einfach. Mir geht hart der Puls. Ich könnte jetzt erstmal darauf scheißen, dass ich extra Blutpunkte bekomme. Und den Jen hier machen. Sie ist immerhin auch in seiner Nähe. Und wir brauchen den Jen halt, um die Tür aufzumachen. Das wäre, glaube ich, das Cleverste. Er ist tot. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Er spielt Barbecue. Scheiße. Er spielt Barbecue. Er spielt Barbecue. Ich hoffe wir haben die Jens nicht verkackt, hier sind vier Stück in einer Reihe aktiv glaube ich, ne drei Stück, ein, zwei und der da. Da ist er. Patrouilliert halt jetzt die Jens. Die Jens. Okay, was macht er? Okay. 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 Und jetzt ist er definitiv auf den gefokust. Jetzt musst du ein bisschen durchhalten, bitte. Er slackt nicht. Gut, brauche ich auch nicht, weil die noch die Granaten waren. Glaube ich. Das war natürlich ungünstig. Campt er? Du lässt... Warum? Okay. Entweder will er, dass ich die Luke bekomme, oder der Survivor war dumm. Ich hätte ihn noch locker vom Haken holen können. Fragt sich jetzt nur, wo die Luke ist. Weiß er das? Was ist das? Wir haben den Leck. Was ist das? Okay. Wir haben überlebt. Das war eine verdammt intense Survivor-Runde. Verdammt. Die war gut. Und dafür kriege ich nur einen Rang Fortschritt. Holy Macaroni. Holy Macaroni. Kein Barbecue. Okay. Dann hat er einfach intuitiv zu mir gelaufen. Nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Ja. Das war eine ich fand sehr spannende Survivor-Runde. Puh. Ohne am Haken zu landen. Das war gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Öl. Tschö. Mit Öl.